Hallo liebe Freunde, willkommen zurück beim Magica Wizard Wars. Es ist schon was länger her, ich weiß, ich weiß, entschuldigt bitte. Das Projekt soll natürlich weitergehen, ich bin ja selber wild drauf, aber ich komme selber überhaupt nicht dazu, entweder zu spielen oder gerade aufzunehmen. Ich bin im Abschlussstress, Leute. Diesen Monat habe ich meinen IHK-Abschluss, dafür lerne ich, lerne ich, lerne ich. Und wenn ich abends zu Hause bin, zog ich wirklich lieber in entspannten Runden mit meinen Kumpels. Und habe den Kopf richtig frei und kann mich dann wieder auf meine Aufgabe konzentrieren. Dann habe ich zu gucken, was für ein Video brauche ich noch bei YouTube, was fehlt mir noch, ist die Aufklärung gelungen und so weiter und so fort. Deswegen, bitte entschuldigt, wenn momentan nicht so viel kommt, aber ich bemühe mich. Bro, ich mache mal ein Standardschild erstmal so und dann gucken wir mal, was er hier macht. So, was er macht, ist nischt. Gar nischt. Ich muss mal probieren, dabei auch zu sprechen, aber ich glaube, dann kriege ich gar nichts hin. Also, ich öffne noch mit meinem Standardschild. Und, sind wir dann einfach mal an? Das hat er mich nass gemacht. Oh, 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 oh. Ja, ich war zu langsam, ich war zu langsam. Ähm, so ein Blitzschild. Ich kann nicht im Kampf ein Blitzschild machen. Wenn ich das mache und dann, ich muss mich so stark darauf konzentrieren, dass das nicht hinhaut. Wo ist der Knopf? Ah, ein Draw. Oh, okay. Iron Tye haben wir hingekommen, unentschieden. Ich hätte aber locker einen Sieg eigentlich rausholen können, gerade aus der Nummer. Ah. Was habe ich gedrückt? Was muss ich noch drücken? Keine Ahnung. Keine Ahnung, Freunde. Er spielt richtig schlecht und ich fühle einfach schlechter. Komm ich ja gar nicht drauf klar. Wissen 4. Dance. Wissen 5. Außerdem. Wissen 4. Aber das ist wirklich洗elungen. Ich gehe die Tür. Wissen 5. Wissen 5. Wissen 5. Wissen 5. Das ist ganz ganzgeregt. Wissen immer��. Wissen 4. Überrasch. Wissen 4. Burn. Burn in hell. Okay, wenigstens einen Punkt haben wir uns noch geholt, dass wir nicht hier ganz so mies dastehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Down. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Ich, 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 ich hab gewonnen. Oh, knappes Ding. Ah, das ist doch nicht, das ist, äh, also ich muss auf jeden Fall mal schneller werden, aber ich bin auch ein alter Mann mit Bart, also, da darf man ja ein bisschen langsamer sein, Gehle. Oh, komm schon. Immer einen schönen Gegner. Also, oh, ja, okay, ähm, ich weiß nicht, ob er die Robe gekauft hat oder erspielt. Ich glaub, die kann man nur kaufen. 37 plus Feuer und minus Tote. Ja, zumindest kann man da so ein bisschen was mitmachen. Sind wir mal gespannt. Äh, meine Finger liegen scheiße. Äh, meine Finger liegen scheiße. Schütteln. Er ist besser als ich. Er ist aber schneller als ich. Das haben wir gerade gesehen bei dem Einteufeln. Also, schnell der auf einmal Wand und, ähm, Minen da hat und ich weiß schon, jetzt schon nicht mehr, wie ich die Heal-Minen lege. Und mit meinem Standard-Moves kann ich dem hier nichts anhaben. Ich muss auch den so lang aufladen. Oh, ja. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Meine Klo-Bürsten-Minions haben's gerissen. Das war's für heute. 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 Ah... Nein, ich konnte mich nicht mehr... Ich konnte mich nicht mehr löschen, weil ich noch irgendwas anderes drauf hatte. Oh, Gott... Das war's für heute. 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 Oh, oh... Oh, oh... 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 Kann ich... Kann ich... Kann ich... Oh, oh... Oh, oh... Oh, oh... Oh, oh... Ha ha ha! Idiot! Nein! Kamei! Okay. Ja, 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 ja. Ach, scheiße, Leute. Ach, das macht mich fertig. Also, das ist... Was haltet ihr denn von der Idee? Also, beim Kämpfen kann ich nicht sprechen. Das habt ihr ja schon oft damit bekommen. Was haltet ihr von der Idee, wenn ich wirklich diese Aufnahmen einfach mit Musik unterspiele und so hochlade? Es ist... Ja, wie es euch gefällt. Also, ich kann es mal machen, aber ich weiß nicht, ob das für euch so unterhaltsam ist, weil ich hier während der Kämpfe überhaupt nichts sage, aber ich bekomme es nicht hin. Ich kann nicht spielen und reden. Bei dem Game hier. Das kann ich nicht. Also, schreibt es einfach in die Kommentare rein und ich werde mich danach ein bisschen richten. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bye, bye.